Heute besprechen wir, wie du nach dem Abitur schnell Geld verdienen kannst. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo und heute besprechen wir, wie du über E-Bail sehr schnell Geld verdienen kannst und das so dann nach dem Abitur dafür verwenden kannst, um noch auf verschiedene Reisen zu gehen, mit uns mit nach Kroatien zu kommen oder wofür auch immer du jetzt gerade auf dich schnell noch Geld brauchst. Ich habe das selbst nach dem Abitur letztes Jahr gemacht und habe da eigentlich schon am ersten, innerhalb von einem Tag, mit so ein bis zwei Stunden Arbeit 40 Euro verdient, das ist schon mal ganz gut und das war auch ein bisschen glücklich und dann im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen, wo ich das Ganze gemacht habe, habe ich vorhin nachgeschaut, so gut 400 Euro. Und das ist natürlich eine richtig, richtig, richtig geile Zahl, vor allem weil es einfach sehr schnell geht und du nicht ewig irgendwo rumstehen musst, also die meisten Jobs sind ja einfach, ich stehe acht Stunden am Tag an irgendeiner Kasse und kriege dann irgendwie 9,50 Euro in der Stunde und das ist bei dem ganzen Ebay-Ding halt ganz anders. Das heißt, du kannst wirklich mit weniger Zeitaufwand, mit mehr Denken und eben auch in kürzerer Zeit wesentlich mehr Geld auf einmal verdienen. Und das Ganze funktioniert in drei super einfachen Schritten, wozu ich euch jeweils noch ein paar extra Hacks mit auf den Weg geben werde, die ich auch einfach in meiner Erfahrung, als ich über Ebay viele Dinge verkauft habe, herausgefunden habe, die euch einfach nochmal wesentlich weiterbringen und die ich am Anfang gemacht habe, die jetzt, wenn ihr startet, nicht auch noch machen müsst und so, vielleicht sogar Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Euro auf dem Tisch liegen lasst. Und der erste Schritt, womit natürlich alles beginnt, ist, brauchst du natürlich erstmal Dinge, die du verkaufen möchtest, ganz klar. Und wenn du da anfängst zu suchen, würde ich dir wirklich empfehlen, such überall, such überall in deinem Haus, in der Wohnung, in eurer Garage, im Keller, in irgendeiner Seitenkammer, was weiß ich, sucht wirklich alle Dinge zusammen, die ihr irgendwie verkaufen könnt und natürlich auch wollt, ihr müsst nicht euer ganzes Haus verkaufen, aber alles, was ihr verkaufen auch möchtet, sucht die Sachen alle zusammen, denk nicht darüber nach, ob du diese Sache kaufen würdest, sondern die Frage ist nur, kannst du es verkaufen, deswegen sammle lieber mal zu viele Dinge, lieber bleibst du dann noch ein paar Sachen sitzen, die du dann zusammengeräumt hast, als dass du mal irgendwo irgendeine alte Schiffsglocke oder so, wie wir sie beispielsweise im Haus halten, weglässt, die dann aber, weil sie 1923 oder so war, 40 Euro wert ist. Oder bei euch, wenn du da vielleicht auch noch Schmuck hast oder irgendwelche alten Sammlungen, kann es ja noch crazier sein. Und deswegen, nimm auf jeden Fall alles mit, frag auch unbedingt deine Eltern, ob sie noch irgendeinen Platz haben, wo sie vielleicht irgendwelche Dinge gelagert haben, die sie eigentlich gar nicht mehr brauchen, ob sie wissen, ob irgendwas mega wertvoll ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass du auch wieder irgendwas verkaufen kannst, was deinen Eltern wichtig ist, du musst schon alles absprechen. Aber es kann sein, dass sie sagen, ah ja, das ist ein bisschen älter oder so, haben wir früher von unserer Urgroßtante und jetzt keine Ahnung, was wir damit noch machen. Und wenn du das dann eingibst, kommt da vielleicht mega, mega viel Geld zusammen, wo du dann vielleicht auch mal in den richtigen Clou landen kannst, wo du dann mega, 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 mega viel Geld verdienen kannst. Und deswegen sammle alles zusammen und wenn du die Sachen dann hast, dann gehen wir zu Schritt 2. Denn hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo man einfach auch schon ein bisschen Ebay-Erfahrungen haben muss, damit das Ganze sehr gut läuft. Und genau die gebe ich euch jetzt. Und zwar stellt ihr bitte nicht einfach nur euer Angebot ein, weil das ist so, wie es die meisten machen und deswegen verdienen die Leute auch nicht so viel Geld mit Ebay und es bringt ihnen nicht so viel. Sondern was du bitte machst, bevor du dein Angebot erstellst, ist, dass du, wenn du die Sachen gesammelt hast, du dir jede einzelne Sache nimmst und die bei Ebay eingibst. Das bedeutet, je spezifischer, desto besser. Also ich nehme jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel FIFA 18 für die PS4. Wenn du FIFA 18 für die PS4 hast und du willst es verkaufen, dann gibst du genau das auch in die Suchleiste ein, als würdest du es selbst nochmal kaufen wollen. Das bedeutet, du gibst einfach rein FIFA 18, PS4, gibst das ein, dann kommen natürlich lauter Angebote, die jetzt gerade verfügbar sind und dann wählst du unterhalb von der Suchleiste die ganzen Eigenschaften aus. Also ob das per sofort kaufen oder Auktion sein soll, da werde ich schon mal sofort kaufen. Das ist auch noch ein entscheidender Hack, komme ich auch später noch dazu, in welchem Artikelzustand der ist und so weiter und so weiter und so weiter. Das gibst du dann so ein, wie es auf deinen Artikel zutreffen würde. Und wenn du das hast, gehst du an die linke Seitenleiste, gehst ein wenig runter und dann findet sich irgendwo der Haken, den du machen kannst bei verkaufte Artikel. Denn was dann passiert ist, dir werden nicht mehr die ganzen aktuell verfügbaren Angebote angezeigt, sondern nur noch die Angebote, die in der Vergangenheit bereits erfolgreich waren für dein spezielles Produkt oder deinen speziellen Gegenstand mit auch genau den Eigenschaften, wie du sie oben eingegeben hast. Das bedeutet, du siehst da auf einmal, welche Preise erfolgreich waren, weil der Preis ist eine der entscheidendsten Sachen. Ich komme gleich dazu, warum wir unbedingt sofort kaufen machen, deswegen brauchst du im Vorhinein schon einen fixen Preis. Und du kannst im Prinzip so garantiert sicher sein, dass die Preise, die dort stehen, auch in deinem Fall funktionieren werden, weil sie immer und immer und immer und immer wieder funktionieren. Deswegen such dir da einen Preis aus, lieber mal einen der höheren Preise, wenn du jetzt, keine Ahnung, bei FIFA 18 oder so ist jetzt vielleicht irgendwie so um die 20 Euro, würde ich mal schätzen. Da kannst du dann wirklich auch vielleicht mal 24 Euro ausprobieren. 29 wird vielleicht schon kritisch, aber probiere einfach mal 24 Euro aus. Und so kannst du dann im Prinzip deinen eigenen Preis konstruieren, den du dann so fix hast. Und wenn du das dann fix hast, können wir zum dritten, finalen Schritt übergehen, wo du wirklich deinen Artikel einstellst. Und da gibt es natürlich auch wieder einen Haufen Dinge zu beachten. Was klar sein sollte, möglichst klarer Titel, der vielleicht, der muss, der soll gar nicht so krass zum Kaufen einladen. Wirklich einfach nur einen klaren Artikel, schöne Bilder, eine übersichtliche Beschreibung. Ihr müsst das nicht perfekt machen. Ihr müsst nur eine einzige Sache schaffen. Und da geht es auch wieder darum, dass du dich wieder selbst in den Käufer hinein versetzt. Was ist dir wichtig, wenn du so ein Angebot siehst? Dir ist nicht wichtig, dass es perfekt ist, weil du sowieso weißt, dass es von einem Privatanbieter kommt. Was dir wichtig ist, dass du das Gefühl hast, dass du dieser Person vertrauen kannst. Und wann kann ich einer Person vertrauen? Wenn ich merke, hey, diese Person versucht das nicht aufzubessern, sondern versucht einfach nur eine möglichst klare, übersichtliche Beschreibung, Bilder, Titel zu wählen. Deswegen mach möglichst klare Bilder, möglichst klarer Titel, möglichst klare Beschreibung. Dadurch müsstest du das Vertrauen der potenziellen Käufer gewinnen. Und so werden die schlussendlich dich auch für dein Produkt entscheiden. Und ganz entscheidend ist es noch, dass du bitte, 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 bitte keine Auktion machst. Auktionen kriegen wirklich durchgehend vielleicht die Hälfte des Preises oder so. Klar, es gibt immer Ausnahmefälle, wo sich das hochschaukelt und irgendwelche Leute das unbedingt haben wollen. Gibt es immer, aber in der Regel, vor allem wenn du jetzt nicht irgendwas super seltenes hast, sondern totalen Alltagsgegenstand, wird sofort kaufen immer die bessere Variante sein. Weil du natürlich, versetze ich wieder den Käufer, du gehst rein, willst irgendwas kaufen, dann ist deine Auktion noch drei Tage und dann drückst du drauf und hast mal was gesetzt. Erstens musst du mindestens mal drei Tage warten, bis der Typ es überhaupt los sendet. Und gleichzeitig bist du dir nicht mal sicher, ob du es dann auch schlussendlich bekommst, weil ja irgendwer anders wieder drüber bieten kann. Bei sofort kaufen ist aber so, ich gehe da hin, ich kenne den Preis, ich kaufe es und der Typ schickt es innerhalb von einem Tag los. Und das ist natürlich mega komfortabel und deswegen funktioniert sofort kaufen auch so, so viel besser und du verhinderst, dass durch irgendeine Auktion, die mal in einer schlechten Phase läuft oder so, oder weil es Wetter gut ist und keiner bei Ebay reinschaut, dass fast keinen Bieter bekommt und dann du irgendwas für einen viel zu geringen Preis weggeben musst. Und das wäre einfach mega schaden. Schade, davor schütze ich auch sofort kaufen. Deswegen wähl diese Option unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und du kannst dann natürlich auch, was ich auch mal phasenweise gemacht habe, dann aber auch wieder aufgehört habe, weil es eben rechtlich nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Und zwar kannst du theoretisch auch von anderen Leuten Sachen ankaufen und sie dann auf Ebay weiterverkaufen. Das ist, wenn du es ein, zwei Mal, so wie es ich gemacht habe, machst kein Problem, weil du im Prinzip einfach nur mal was ausprobiert hast oder auf die Idee gekommen bist oder was weiß ich. Aber ich habe mich dann auch erkundigt, was das eigentlich rechtlich bedeutet und du verkaufst eigentlich weiter, weswegen du ein Gewerbe anmelden müsstest, was bei Gebrauchgegenständen teilweise problematisch ist. Du musst bestimmte Bedingungen erfüllen. Deswegen, wenn du merkst, was du garantiert merkst, dass du bei Ebay super gut Geld verdienen kannst, auch sehr schnell. Deswegen mach es unbedingt schon mal mit den Sachen, die ihr auch daheim habt. Das ist das Allerwichtigste. So viel kriegst du auch richtig schnell sehr viel Geld. Aber wenn du es auch langfristiger machen willst, beispielsweise von jemandem, wenn irgendein Angebot mega low ist, also niedrigen Preis halt, das zu kaufen und dann selbst wieder zu verkaufen, kann man auch machen und ist auch sehr lukrativ, aber da musst du dich unbedingt, unbedingt erkundigen, was du da rechtlich alles zu beachten hast. Und wenn du das machst, egal ob jetzt die langfristige Variante, aber vor allem erstmal die kurzfristige Variante, einfach alles rauszuhauen, was man aktuell daheim zur Verfügung hat, kannst du echt mehrere hundert Euro in unfassbar schneller Zeit machen. Haut gerne auch eure Ebay-Tipps, wenn ihr irgendwelche habt und da schon Erfahrungen habt, in die Kommentare, damit wieder die ganze Community davon profitieren kann. Ansonsten glaube ich, wie wir mal an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lehrer. Wir sehen uns im nächsten Video.